Viele haben es geahnt, viele haben es schon zwischen den Zeilen gelesen. Heute lüften wir das Geheimnis, ich bleibe der DTM weiterhin treu. Ich starte für Rover Racing in der DTM mit diesem Auto, M6 GT3. Mein Sitz ist noch nicht drin, der kommt aber bald rein und dann sehen wir uns beim ersten Test und natürlich beim ersten Rennen der DTM. Ich freue mich darauf, dass ich der DTM treu bleiben kann mit Rover zusammen, Team, was viele Erfolge gesammelt hat auf der Langstrecke und das versuchen wir jetzt auch an der DTM. Viel Spaß dabei und ich hoffe, wir sehen uns an der Rennstrecke.